40 Leute, jawohl. Die Ankündigung hat doch ein bisschen was gebracht. Also ich habe halt eben nur die Feuerschale einmal leer gemacht hier und fertig. Mal sehen, mal überlegen. Die Ecke habe ich hier schon freigeschnitten. Ich werde mir gleich noch mal das andere Ding daneben, die Heckenschere glaube ich, das mal ein bisschen freischneiden ein bisschen und dann stelle ich einfach den Pool, breite ich aus, mache ich sauber und werde ihn wieder da hinstellen, da ein bisschen das Ding da weg, nicht dass die Folie durchdrückt, breite ihn sauber. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das funktioniert heute oder ob der noch heil ist, müsste ja eigentlich heil sein, aber der liegt schon ein bisschen länger so. Ich breite den gleich mal aus und werde in der Zwischenzeit die Pumpe anschalten und einfach meine Tangen gießen los, sonst bin ich mir da auch nicht sicher. Keine Ahnung. Also, lass mich mal vorbei stehen, was passiert heute oder auch nicht. Video, kommentieren, steppen, was weiß ich und fertig. Film mir manchmal nicht sicher, wie das aussieht mit Datenschutz, mit Homearbeit und so weiter oder Homework heißt das. Weil die sitzen am meisten zuhause im Wohnzimmer und lassen alle Fenster auf und alle Türen auf und dann kriegen das wieder 20-30 Leute mit. Die im Ecke wohnen oder wenn einer was essen will, dann setzt er sich da für die Tür. Äh, die halten sich nämlich da auch meistens nicht dran, weil ich hab's schon so oft gehört, dass sich über dritte, weite Informationen weiter geteilt worden sind. Ich werde auch mal mein Bluetooth anschalten und mal gucken, ob ich mit den Kopfhörern hier... Ähm, die Kopfhörer... Ähm, wenn ich nochmal hier Fentanyl höre oder mit Drogen, dann wird einfach blockiert. Halt ich gar nicht dran. Ich weiß, dass man die Leute mir das einreden wollen oder der Community einreden wollen oder den Leuten... Das ist was verstanden. Es sagt nur PUAS. Es wird einfach blockiert. Einfach gucken. Ich weiß nicht wie jetzt. Ich geh gleich mal einen Meter weg und dann guck ich mal wie die Zorn qualisiert wird, weil da sind eigentlich Mikrofone verbaut in den Kopfhörern. Pass auf, ich blieb mein Ladecase laden auf nur noch 10-20%. Wie ist das denn mit den Auflagen hier mit Homeoffice? Weiß ich nicht wie die sind. Normalerweise müsste man ja die Laufwege direkt angeben vom Büro, vom Arbeitsplatz bis zur Toilette. Und wenn dann, wenn man zum Beispiel jetzt von der Küche nach den Garten geht, da ausrutscht, hat man normalerweise keinen Versicherungsschutz mehr. Also so habe ich das mal gelernt vor Jahren. Das kann sich natürlich wieder geändert haben. Also wenn etwas passieren sollte. Ich weiß auch gar nicht was mit dem Sound jetzt ist, ob es besser ist oder nicht. Ich kann mich auch mal von der Beide reinstecken. Hallo? Also auf einen Moment. Ich hoffe nicht, dass das Team jetzt geschlossen wird. Ich kann nämlich die Kopfhörer umstellen. So, ich bin wieder da. Ich habe nur das Nerven mit einem Kommentar. Ich habe das letzten schon angekündigt.